Er ist frei, da kann was draus werden. Vierinha, das ist der Treffer. Passo eh. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Manni, trifft er, ja, drin, Tor. Und jetzt die Chance. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Und jetzt die Chance. Da ist er aufmerksam, gut vom Vorrat. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt vielleicht. Den Ball hält er gut. Die Flanke sah gar nicht so schlecht aus, aber Trost schießt er eben rein. Da passt der Klasse auf.